Wandern, angeln und einfach die Natur genießen. Für die meisten ist das selbstverständlich, aber für Werner ist das nicht mehr so leicht. Er ist nicht mehr so gut zu Fuß, nutzt einen Gehstock, mit dem er nicht so weite Strecken bewältigen kann. Daher verlässt er nur noch selten das Haus. Er erinnert sich gerne an die alten Zeiten und was er erlebt hat. Dies macht ihn oft traurig, da er gerne wieder so mobil wie früher wäre. In diesem Moment kommt seine Frau zur Tür herein, mit der Lösung in den Händen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.